Hallo, ich bin Michael Friedrich, Führungs- und Vertriebstrainer aus Aachen und ich informiere Sie in meinem heutigen kurzen Video über die Vergessenskurve nach Ebbinghaus. Was passiert konkret mit den Inhalten, die wir lernen? An was erinnern wir uns und wie viel vergessen wir? Diese Fragen beschäftigten den deutschen Psychologen Hermann Ebbinghaus, der Ende des 19. Jahrhunderts als einer der Pioniere der Gedächtnisforschung gilt. Er führte Selbstversuche durch, um zu untersuchen, wie das menschliche Gedächtnis funktioniert und es vom Faktor Zeit beeinflusst wird. Ebbinghaus verwendete sinnlose Silben, die er aus einem Vokal und zwei Konsonanten zusammensetzte, wie zum Beispiel Xyr oder Tin. Er lernte diese Silben auswendig, bis er sie fehlerfrei wiedergeben konnte. Dann testete er sich selbst innerhalb verschiedener Zeitabstände, um zu prüfen, an wie viele Buchstabenkombinationen er sich noch erinnerte. Er maß die Zeit, die er zum Wiedererlernen der Silben benötigte und berechnete daraus den Prozentsatz des Vergessens. Er stellte fest, dass das Vergessen nicht gleichmäßig verläuft, sondern eine bestimmte Kurve bildet. Diese Kurve bezeichnet man als Vergessenskurve oder auch Ebbinghaus' Kurve. Sie zeigt Ihnen an, wie viel Prozent des Gelernten nach einer bestimmten Zeit noch im Gedächtnis abrufbar sind. Die Vergessenskurve hat folgende Eigenschaften. Das Vergessen ist kurz nach dem Lernen am stärksten. Ebbinghaus fand heraus, dass er bereits nach 20 Minuten lediglich noch 60 Prozent des Gelernten abrufen konnte. Das Vergessen verlangsamt sich mit der Zeit. Nach einer Stunde waren es noch 45 Prozent, nach einem Tag 34 Prozent und nach sechs Tagen 23 Prozent. Ein Teil des Gelernten bleibt dauerhaft im Gedächtnis. Ebbinghaus schätzte, dass er etwa 15 Prozent des Gelernten nie vergaß. Die Vergessenskurve ist abhängig von der Art des Lernstoffs, der Lernmethode und der individuellen Unterschiede. Zum Beispiel erinnern wir uns besser an sinnvolle Inhalte als an sinnlose Silben. Auch die Wiederholung des Gelernten verringert oder verzögert das Vergessen. Die Vergessenskurve hat wichtige Implikationen für das Lernen und das Lehren. Sie zeigt Ihnen, dass wir nur einen Teil von dem behalten, was wir in einem einzigen Impuls gelernt haben. Daher ist eine regelmäßige Wiederholung notwendig, um unser Gedächtnis aufzufrischen und aktiv zu halten. Sie zeigt Ihnen auch, wie wichtig eine optimale Nutzung der Lernzeit ist, indem Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und verschiedene Lernstrategien anwenden. Eine solche Lernstrategie ist zum Beispiel das sogenannte Mindmapping. Es handelt sich dabei um eine Notiz- und Merktechnik, die auf der Sammlung und Strukturierung von Ideen basiert. Dabei werden Kennwörter, Farben und Bilder verwendet, die beide Gehirnhälften miteinander verbinden und eine visuelle Unterstützung bieten. Mindmapping beeinflusst die Vergessenskurve positiv, indem es das Verständnis und die Erinnerung fördert. Die Vergessenskurve nach Ebbinghaus hilft Ihnen also, Ihr Gedächtnis besser zu verstehen und zu verbessern. Sie hilft Ihnen auch, realistische Lernziele zu formulieren und über einen längeren Zeitraum motiviert zu bleiben. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Herzliche Grüße, Ihr Michael Friedrich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.